Wie können Sie sich bloß diesen ganzen Text merken? Ich sage dann immer, das ist das kleinste Übel, glaubt es mir. Zunächst mal ist das ja Gewohnheitssache, man kann sich da echt dran gewöhnen. Ich konnte als Kind auch nicht gut auswendig lernen. Mittlerweile kann ich das unglaublich schnell und präzise. Das ist wirklich Gewohnheitssache und ist natürlich auch völlig verschieden. Filmtexte kann man, wenn man so will, wirklich im Normalfall in der Garderobe oder in der Maske morgens lernen. Weil das ja immer nur kurze Abschnitte sind. Sollte man nicht, habe ich ja gesagt, aber man könnte. Theatertexte ist ganz was anderes. Man sagt, wenn ich die Brille da abgelegt habe, da habe ich gerade über das und das erzählt. Und dann bin ich da rüber gegangen. Das heißt, der Text hilft einem bei der Rekapitulation der Requisiten, als auch die Requisiten helfen einem bei der Rekapitulation des Textes. Das ist dann eine wirkliche Vereinfachung. Und das macht das Spielen im Theater und das Proben speziell und Textlernen wesentlich einfacher. Lerne von den Besten auf meetyourmaster.de Lerne von der Rekapitulation des Textes Lerne von der Rekapitulation des Textes